So, Vegeta ist anwesend und genau, bevor wir irgendwas machen, hey, come on, werden wir natürlich erst einmal in dem Dorf, in dem wir alle abgeschlachtet haben, uns ausruhen, weil wir gerade Bock drauf haben. So, kurz gucken, da ist ein Trainingsplatz, der ist vielleicht ganz praktisch, darf ich jetzt frei, Freiheit genießen? Das nehmen wir mit, das ist eine Dora-Medaille wahrscheinlich, genau. So. Herzlichen Glühstrumpf. Wo zum Geier ist denn der Trainingsplatz jetzt schon wieder? All I need to do now is finish off the rest of Frieza's pathetic Goons. Then the Dragon Balls are as good as mine. Fortune is finally smiling upon me. The Dragon Balls are mine. Was er labert, man. So viel Käse. Well now. Trainingsplatz. Gefunden. Na also, wusste ich's doch, dass da was geht. 35, ja, bist du behindert? Gezielte Zielsuche, du KI sein mit hoher Treffer, wahrscheinlich kein Schnellfeuer, KI wird. Äh, ja, komm. Lasset es knacken. Lasset es schicke ist. Gut. Oh ja, ich war's! Oh ja, ich war's! Macht schon Schaden! Hau ab, man! Das ist die Attacke, oder? 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 Und ich kann Körper auf Parallelstufe 3 noch gar nicht. Aber jetzt hab ich auch was Neues gelernt, gell? Die schauen wir uns gleich einmal an. Äh. Ja, verwundbar. Hoher Betäubungsschaden. Abwehrbrecher. Ganz viele KI. Das ist Vegeta. Der hat KI-basierende Attacken. Die siehst du mir durchaus klar. Der macht immer gern RATATATATATATAT so als nächstes kümmer ich mich um das Frezza Raumschiff das ich vorhin schon anvisiert hatte einfach nur weil es mich nervt mann warum darf ich denn nicht rumfliegen Oh, ist das nervig, ey. Ich habe keine Freiheiten mehr. Ich werde diskreditiert. Bisschen schneller. Oh, stopp. Da ist ein Gegner. Den nehmen wir noch schnell mit. Easy, Prey. Du wärst besser dein All. Oh, mein Gott. Oh, wow. Das war komisch. Aber auch wiederum lustig. Egal. Kämpf mal gegen Zarbon. Der kann sie ja noch verwandeln in den Fetten. Wir müssen nicht die Stadt finden und die Stadt finden, wenn wir nur unsere Scouters hatten. Super dead. What? You beat Dodoria? So that's why he never came back. I can't believe this. I hear you've lost all your precious Scouters and had to split up to look for Namekian villagers. Which can only mean Frieza's holding on to the Dragon Balls you've obtained so far. Damn you. Frieza will not get his dirty hands on all of them. I'll make sure of it. I've already found one myself and the others are as good as mine. What? What? As long as I can attain immortality, Frieza is as good as dead. You fool. Immortality won't be enough to best Lord Frieza. Ha. Cheetah power! The battles I fought afforded me some of the greatest power. You still don't get it, do you? Lord Frieza's power is beyond anything you could ever imagine. Gala, gala, yet he still feared the power of the save. You're about to get just a taste of that very power. You fucking little. Come on! Got a gun! Can you believe it? Damn you! Come on. You! Got a gun! I got a gun! Oh, yeah. Prepare yourself! Yeah, level up! Hahahaha! Nach all that you couldn't lay a finger on me! Hm, you've improved. I'll give you that much at least. But you don't seem to realize the mistake you've just made. You have awakened my true power! You've got quite a sense of humor! Go on, show me your power! You are going to regret this, Vegeta. Prepare to be amazed by my glorious transformation! Yee! Damn you! You must feel pretty foolish. You were to all that trouble to grow stronger and for what? Nothing! And here's something else you probably didn't know. Lord Frieza also hides his true power behind transformations. Wha- Oh, he passed out. I'm afraid I can't let you die, just your head. I still have a lot to ask you. Tja, so sieht's aus! I can't believe I'm actually providing aid to a traitor like you. Once you're fully conscious, you're going to tell me where you've hidden the Dragon Ball. There it is! That's Guru's house! That's it? Hey, Nail! You're okay! I'm glad to see you're safe, Dende. Grand Elder Guru is aware of your situation. You two may enter. Grand Elder Guru will see you now. He's huge! Welcome, young Earthling. I understand I have you to thank for saving my little Dende here. My gratitude. Uh, well, I really didn't do much. It pains me that most of my children on this planet have fallen victim to such vile invaders. I had no idea the Dragon Balls, the very symbols of Namekian wisdom and power, could cause such strife. Forgive me for cutting straight to the chase, but do you think I could borrow the one that you got right there? Look, I won't let the bad guys get their hands on it! I promise! I'd like him to have it as well. If the Earthlings get the Dragon Balls, they can wish for theirs to return to Earth. What? There are Dragon Balls on Earth as well? Is or was there a Namekian there? Uh, yeah. Oh, yeah. I remember hearing about one coming to Earth in order to flee some sort of crisis here on Namek. It must have been Kata's child. Truthfully, I'm surprised the child was able to survive the journey. If memory serves me, he was a gifted member of the Dragon Clan, the creators of the Dragon Balls. But how is it he met his end? Did he die of natural causes? Or was he killed? He was killed... by someone here on Namek, a Saiyan named Vegeta! Da steht er aber Nappa, nicht mit Chida. Young Earthling, please step forward. I would like to look into your past. Huh? My past? My, my goodness! He split himself in two to combat the evil in his own heart? How foolish. To reduce such extraordinary potential is such a waste. If he had remained as one, he might not have met with such a horrible fate. Remained? As one? Wait, does that mean if Kami and Piccolo rejoin, Piccolo will get his power back? Very well. I can see that your intentions are pure, and that you have exhibited great bravery thus far. I will entrust this Dragon Ball to you. However, you might not be able to make your wish. What do you mean? Unfortunately, I am not long for this world. I have perhaps only a few days left. Do you think you can reclaim the remaining Dragon Balls from those horrible fiends? As strong as you are, I fear that might prove impossible. Once I am gone, the Dragon Balls will cease to exist. Uh, I see. Well, I guess we'll just have to do what we can. I'll keep the Dragon Ball. And I'll guard it with my life. I appreciate it. I must say, you seem to possess a great deal of strength for an Earthling. But much of it lies dormant and unrealized. How unfortunate. Allow me to release the power resting deep inside you. What are you talking about? There's no way I'm hiding any more power. I mean, I'm already pushing myself to the limit. Where did all this power come from? Yeah! I've never felt this kind of power before! This is incredible! Wait. Would it be okay if I brought a friend of mine here to see you? I bet he's got more untapped power than me hidden inside of him. Yes, please bring him here. We could use another ally in the fight for justice. Okay, I'll be right back with him. Justice League fight! Now, wait here, Dinde. I'm gonna go get Gohan, okay? All right. Be careful! Hey, Gohan! According to the radar, the Dragon Ball over there is on the move! It's heading straight for us! Do you... do you think it's Krillin on his way? I bet it is! But... um... What about this one? These five here are probably the ones that Frieza guy has. And hey! Here's this one, all by its lonesome! Wait! That's the village we heard, Vegeta was attacking! Right? But... Vegeta isn't there! I don't set this energy anywhere near it! Oh, I think I get it! He attacked the village, but he didn't find the Dragon Ball! Let me borrow the radar, Bulma! I'm going to go find that Dragon Ball! Hehehehe! Schau mal, was da steht! Okay! Here we go! Hey! Actually... Thank you so much! Perfect! Now is my chance! I'm not sensing any scary energy in the area! I'm pounding on you, Junior! Was ich nicht verstehe, warum sollte ich denn jetzt... Ah, okay. Das ist das, was ich... Oh, wie gern hätte ich das? Ich habe keine einzige Zutat davon. Äh, ja, das sollte erstmal passen. Komme ich da rein? Nö. Ich glaube... Das ist jetzt das erste Mal, dass ich jetzt wirklich mal rumfliegen darf. Also hoffe ich zumindest. Aber... Jetzt müssen wir erst schnell gucken. Natürlich, oder? Ihr wisst es doch. Gar nichts, alles klar. Charaktere... 43.000, das ist jetzt nicht so viel. Der kann wahrscheinlich nichts Neues, aber vielleicht... Nein. Okay. Äh, Community Board! Denn da war was bei Abenteuer. Er hier! Yeah! Erholungsgeld... TP plus 1%, KI plus 1%. Na, sieh mal eine an! Geschenke haben wir bestimmt auch. Trainingsfähigkeit und Entwicklungsfähigkeit. So. Sie ist fast Max. Er hier auch. Er braucht jetzt nur noch 7. Schön! Okay. Okay. Now go hard. It's your turn to do something. So. Jetzt gehen wir erst einmal zum Trainingsplatz. Und schauen was er will. Vorausgesetzt ich finde ihn. Ich denke, ich könnte mich verletzen. Ah, da. Dachte ich... Also wirklich den Trainingsplatz finden ist bisher immer das schwierigste gewesen. Da gibt es ja was Neues. Nein, alles klar. Ja. Hoppa. So. Mal schauen. Hier gibt es auch bestimmte Erinnerungen oder so. Andererseits kann gar nicht sein, weil ich erlebe ja die Story jetzt erst, gell. Ich denke, ich kann das... Ich werde dich runternehmen. Erf. Ah. Gar kein Problem für mich Rieser Schiffe kaputt machen Weil gibt Gegenstände Hallo Ich hoffe, dass das sie etwas verletzt hat Ich glaube, dass ich das nicht verletze Ich glaube, dass ich das nicht verletze Ich werde dich aufstehen Aua! Aber wer wollte denn nur da rein? Ja, ist ja mittlerweile recht ausgeglichen, meine Kügelchen. Die Nebenmissionen machen wir natürlich mit. Dann händle das mal. Hallo? Hier geht's! Aua! 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 Wer ist denn da unten? Der Steg kommt nicht näher, aber Freunde, natürlich kommen wir näher. Nebenmissionen sind ja auch Pflicht. Ein Mini-Namekianer oder Pocket Piccolo. Blablablablabla. Klar. Namekianisches Opfer. Ich opfere dich für ultimative Power. What? Anixete Problemas for me. Servus. Hä? Ja, wie nett. Da ist ja nur Wasser hinter ihm. Aber egal. Früchte. Ich suche es und Gohan nach der Namekianischen Frucht. Ups. Nein, er geht doch weg. Ich suche es. Das ist nicht das, was ich wollte. Äh. Wo ist denn jetzt die Frucht hin? Nein, das ist der Typ. Mal hör doch einmal auf mit dem Schwachsinn. Na also. So, von den Soundeffekten her ist das ja schon geil. Ah, alles. Ah, fuigas. Ich denke, ich kann das. Hier geht's. Ja, ja, ja! Hallo Junge! Bitteschön! Just for you! Na ja, jetzt probiert er sie! Nervt mich nicht, Mann! Und wieder zurück! Ich glaube, ich kann das anordnen! Ich werde dich runternehmen! Die hatten einfach kein Anrecht zu leben! Wahnsinn! Bluba, da bist du! Hallo! Blablablablablablablablabla Na also! Yeah! Geschafft! Ja, meine Name gerne geholfen! Da liegt irgendwas! Das will ich sofort haben! Oh Mann! Ich darf mich auf diesem Planeten einfach nicht frei bewegen! So was nervigs! Ja! 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 Ja!